Der Wadiotransportkorb für Vitae bietet Platz für bis zu vier Kinder. Die hintere Rücksitzbank beinhaltet ein abschließbares Fach, wodurch du auch deine Wertgegenstände mit Vitae transportieren kannst. Die vordere Bank lässt sich nach oben klappen, um auch sperrige Gegenstände mit der Box zu transportieren. Der Korb bietet ein Fassungsvolumen von 230 Litern und ist somit der ideale Alleskönner für Vitae. Der Wadiotransportkorb besteht aus Multiplex Birkenholz, welches mit einem speziellen Verfahren behandelt wurde, um es wasser- und witterungsfest zu machen. Somit kannst du mit Vitae und dem Wadiotransportkorb auch im Regen fahren, ohne dir Gedanken zu machen. Den Wadiotransportkorb kannst du beliebig mit verschiedenen Zubehörteilen erweitern, um ihn perfekt an deine Bedürfnisse anzupassen. Das Komfortsitzkissen sorgt für noch mehr Komfort in deinem Wadiotransportkorb. Es ist witterungsfest und für die Integration von Sicherheitsgurten vorbereitet. Das Sitzkissen kann sowohl auf der hinteren Bank als auch auf der vorderen Bank verwendet werden. Für die Sitzbänke gibt es zwei verschiedene Gurte. Einmal das Basismodell und zum anderen das Komfortmodell mit Schulterpolstern und magnetischem Sicherheitsverschluss. Die Antirutfußmartell sorgt für noch mehr Halt in deinem Wadiotransportkorb. Außerdem schütze sie diesen vor Kratzern. Die Regenplane lässt sich ganz einfach über deinen Wadiotransportkorb stülpen. Sie schützt den Inhalt des Korbes zuverlässig vor Nässe. Das Sonnenverdeck lässt sich flexibel auf dem Aufbairahmen verschieben. So kannst du es immer an die aktuelle Sonneneinstrahlung anpassen. Der Insektenschutz lässt sich ganz einfach über den Aufbairahmen ziehen. Auf der rechten Seite lässt es sich komplett öffnen. An der Rückseite findet sich zusätzlich ein Eingriffsfach. Das Regenverdeck schützt dein Kind auch bei schlechtem Wetter. Die Seitenwände kannst du bei gutem Wetter ganz einfach nach oben rollen. Die Familie ist cool.